Der digitale Wandel ist der Treiber für die rasanten Veränderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft. Auch unsere Lebenswelt und speziell jene der Kinder und Jugendlichen ist enorm geprägt von digitalen Medien. Deshalb kommt eine Lehrperson nicht darum herum, sich mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen und ihre Arbeit darauf auszurichten. Die zentrale Frage ist, wie wir die Schülerinnen und Schüler auf die Welt von morgen vorbereiten, die einer enormen Beschleunigung und Komplexitätssteigerung unterworfen ist. Auch Lehrberufe sind von dieser Entwicklung nicht ausgeschlossen. Die Frage ist, wie sich dadurch deine Arbeit positiv verändern lässt. Mit der Kultur der Digitalität rücken neue Formen der Zusammenarbeit ins Zentrum. Die Rolle der Lehrperson ist im Wandel und das lebenslange Lernen ist eine Grundvoraussetzung. Wie informierst du dich über neue Entwicklungen? Inwiefern beteiligst du dich an der Schulentwicklung? Wie dokumentierst und reflektierst du dein Lernen und wie teilst du deine Lernanfahrungen? Welche Netzwerke und Angebote nutzt du für deine berufliche Weiterentwicklung? Wie sieht für dich die Schule in 10 Jahren aus? Zum Berufsverständnis einer Lehrperson in einer Kultur der Digitalität gehört beispielsweise, dass du dich mit einem aktuellen Phänomen wie der künstlichen Intelligenz auseinandersetzt. Wie wirkt sich KI auf die Schule aus? Inwiefern kann ich mich durch KI im Schulalltag entlasten lassen? Welche Gefahren bringt diese Technologie mit sich? Wie lernen die Kinder und Jugendlichen einen reflektierten und produktiven Umgang mit künstlicher Intelligenz? Aktuell verunsichert dieses Thema viele Lehrpersonen. Werden wir dereinst durch künstliche Intelligenz ersetzt? Wenn du dich mit solchen Fragen auseinandersetzt und dein Professionsverständnis proaktiv daran ausrichtest, besteht diesbezüglich keine Gefahr. Die Beziehung zu den Lernenden kann bekanntlich keine Maschine ersetzen. Das ist neben dem Analyse für unseren Christen. Das ist mit dem Künstler-Grad-Ital.